meine freunde was geht ab willkommen zu einem erneuten video hier auf meinem channel fallgeist heute fallgeist ist ein spiel das kann nicht brechen oder du hast einfach nur spaß dran und in diesem fall habe ich spaß und ich wurde gebrochen und das ist geil an folge ist du wirst zwar gebrochen und das trotzdem auf irgendeine art und weise spaß dran ich wünsche euch viel spaß mit diesem video ich hoffe ich kann euch einem spunzel ins gesicht zaubern und ja falls du neu bist lasst doch gerne ein abonnement da will road 2000 vielleicht knacken wir die noch bis ende des jahres ich würde mich auf jeden fall freuen es ist ein riesen riesen meilenstein und ja kommentar nicht vergessen wo ich den spunzel ins gesicht gezaubert ab viel spaß mit diesem video ich habe das goldene iphone in den gelben und wieder zurückgeklaut einfach aber gelb hat er am wenigsten und ich kann ihn nicht essen ich weiß bei blauen rad alle raucht Ich habe ein goldenes von gelb geklaut. Ich schmeiße jedes Eier von raus bei Gelbmann. Ja Junge, 30 Dinger Junge. Was muss man hier machen? Hammer direkt nutzen oder was? Ja, ich bin rüber direkt. Der Hammer ist es. Ich bin Hammer. Ich bin auch rüber. Nein. Ich habe Backflip oder so gemacht. Boah, ich wollte es direkt machen. Ich bin fast durch. Mit Hammer. Ich muss den Hammer nutzen. Das macht mehr Sinn hier. Ich bin durch. Mit Hammer, Dinger. Der Hammer Junge. Aber 30 Leute. Niemand der Hammer, der muss. Ich habe verkackt. Wenn ich die Hammer genommen habe. Wow. Wow. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Alter Verwalter. Dinger. Einfach das Spiel ausgedribbelt. Ich schwöre. Ich bin durch, Dinger. Wild. Ich habe Doppelhammer mitgenommen. Wesentlich vergetrückt. Hey, sie sind dann da. Hörere auf, sonst fliegt du da runter. Typisch, Dinger. Guck mal an. Hey, es ist nach wie weit hinten. Geh rein, jetzt, Dinger. Nicht unterschätzen, ich höre. Ich hab vorhin halt gesuchtet damals. Was macht der? Ist der ja dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, halt. Oh mein Gott, was machen wir? Wir gewinnen das. Du hast da so viel Platz. Ja, ich hab immer noch viel Platz. Ich bin raus. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue.